... Musik ... ... Musik ... Herzlich willkommen zu Jugendherk in Köln! Applaus Ja, wir haben wieder ein Förderprogramm... Hallo? Ja, jetzt besser, ne? Hört ihr mich alle? Sehr schön! Ja, Förderprogramm für programmierbegeisterte Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren. Rund 50 Jugendliche waren wieder das ganze Wochenende hier zum Happy Hacking mit rund 20 Mentoren. Gleichzeitig hatten wir gerade auch eine schöne Abschlusspräsentation noch von Hello World, dem Einsteigerprogramm, wo auch nochmal 20 Kids im Alter von 10 bis 14 Jahren waren mit, ich glaube, 8 Mentoren waren es. Dass das alles hier so gut klappt, das haben wir natürlich ganz vielen Leuten zu verdanken, nämlich einem ganz großen Team. Das würde ich einmal bitten, einmal aufzustehen, das Orga-Team, allen voran die liebe Caro, die einen ganz herzlichen Applaus verdient hat. Jetzt sind zwei Leutchen aufgestanden, das seid ihr gesagt, sonst wird das hier zwei Leute stemmen. Das ist natürlich Quatsch, das sind, ich glaube, so rund zehn Leute, die hier, der sich jetzt nicht alle trauen aufzustehen. Und ich glaube, ein paar sind auch noch unten und an der Popcorn-Maschine. Was auch der Grund ist, warum wir nur dieses Teamfoto hinbekommen haben. Die haben das Wochenende über so rotiert und waren die ganze Zeit so auf den Beinen, dass wir es nicht geschafft haben, einmal alle vor die Kamera zu kriegen. So viel Herzblut fließt hier rein und so viel Arbeit und Zeit. Und dafür danken wir auf jeden Fall. Ja, und dann gilt natürlich noch ein besonderer Dank auch allen, die das hier möglich machen, auch mit finanzieller Unterstützung. Einmal haben wir als Partner die Fachstelle für Jugendmedienkultur und die Stadt Köln als Partner der Open Knowledge Foundation und Mediale Pfade, die Jugendhekt, jetzt ja schon zum vierten Mal zusammen machen. Förderer ist das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. Ich freue mich auch sehr, dass Frau Mützenich als Vertreterin hier ist. Schön, dass Sie da sind. Und jetzt muss ich einmal die Karte wechseln. Genau, und dann haben wir noch als Sponsoren Rewe Systems und Adesso Insurance Solutions. Herzlichen Dank für die Unterstützung, dass ihr das alles möglich macht. Und neben dem Finanziellen haben wir natürlich noch ein bisschen mehr Manpower als nur Orga-Team, nämlich die ganz wunderbaren Mentorinnen und Mentoren. Ich würde euch bitten, einmal aufzustehen. Ihr dürft da bleiben, wo ihr seid, aber steht doch einmal auf und holt euch euren Applaus ab. Herzlichen Dank Anna, Benjamin, Björn, Caroline, Christopher, Claudia, Daniel, David, Dominik, Felix, Gabriele, Guido, Jasmin, Johannes, Julia, Carina, Lili, Marcel, Martin, Murdoch, Philipp, Tom, Tim, Wolfram und Zoe. Auch Hello World funktioniert nur mit der ehrenamtlichen Unterstützung von ganz wunderbaren Mentoren und Mentoren. Und das waren dieses Wochenende Christian, Daniel, Freddy, Ilona, Jens, Mario, Mia und Uwe. Auch vielen Dank dafür. Danke. Dann gibt es noch einen kleinen Gruß, ich weiß nicht, ob er es mitkriegt, an David, der auf der Gulasch-Programmiernacht ist und aber dem Markus geholfen hat bei der Einrichtung des Netzwerkes. Lieber David, schade, dass du dieses Jahr nicht bei uns warst, aber danke, dass du trotzdem beim Netzwerk geholfen hast. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.